hallo und herzlich willkommen hier zweite folge hier hier vom arsch dabei wir machen weiter mit der ernte 16 15 ist noch was zu machen ja und dann immer schauen erst mal eine ernte und dann sind weiter alt 16 geradeaus ja raps sehe ich gerade und noch eine andere frucht hopfen hopfen noch nicht reif hopfen ist reif ich mach mal raps hopfen kann aber nichts machen häxler wollen aber mit maisgebäß glaube ich jetzt auch glaube ich weiß gibt es wenn du es mit hexer massen als hexe gut matsch ja immer noch mal raps das habe ich da Ja, das ist ein Bruderbäum hier. Mähen. Oh, oh. Das ist ein Bruderbäum. Hat sich festgepackt, das Ding. Oh. Anders geht es nicht, da komme ich nicht durch. Mit Baumvorfällen. Servus. Das ist ein Bruderbäum. Lass uns. ein kurs berechnen 13 kurz mal rechnen gut aus der mario vorgewinne gestartet so ein kurs speichern das geht aber der kurs ist da das war 16 ja das war der meter glaube ich 35 oder so ähnlich ein paar stunden so abfahrer organisieren jetzt melde ich mal medizibel böse geräusche dort hinzukriegen ohne dass man es hört raps 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 da bin ich blind das raps 16 und mehr 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 die gab es noch nicht gemacht ja ich vergesse ja das ist typisch macht aber nichts so far ist das ist Alter. Oh, nee. Und doch. Das ist voll. So wie. Ich könnte ja auch theoretische Stecks fahren, das ist im Hof, nicht? Joa. Und dann kann ich in aller Ruhe mit einem anderen Fahrzeug da den Kurs entfahren. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh Vielen Dank. Ja, das wird Zeit für Wochenende. Ja. Immer frei haben wir schön, ne? Jo. So. Eingefahren. Ob das klappt. Lass mal tänzen. Dann können wir gleich heu machen. Haben wir dann noch mehr Wiesen. Ne, aber nur eine, ne? Zwei. Zwei? Ja, zehn und vier drin. Oh, da mach ich eine Heu, eine Silage. Soll ich halt am meisten zukaufen für Silage, bitte. Ja, vielleicht vierundfünfzehn, ne? Soll ich. Ansehen wird es nicht funktionieren. Was ist denn dann? Genau. Oh, schon wieder seit rum und schon, das hat schon eine Freude gewesen sein. Wir sagen dann mal, tschüss, tschau, tschüss, 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 tschüss. Wir sagen dann mal, tschüss, tschüss, tschüss.